hallo und herzlich willkommen zum ttpm von united we stand xx united we stand 1 man kann es glaube ich gerade noch so lesen ja so ja jemand aus der schweiz der mit mir getauscht hat und da war ich heute mal auf dem zollamt weil da habe ich einen brief bekommen und nur mal so ein tipp auch falls jemand noch tauscht und das noch nicht weiß also wenn ihr das tauscht müsst ihr mal einen zettel mit dabei machen für einen zoll hier sieht man es auch da steht noch zoll drauf ihr müsst immer einen zettel drauf machen dass es getauscht ist und dass so keine geldbeträge drin sind oder so weil sonst müssen die das aufmachen und prüfen und deswegen hat das ziemlich lange dauert mit dem mit dem brief hier jetzt deswegen ja und der ist auch schon halber aufgerissen weil ich musste zeigen dass karten drin sind und keine geldbeträge oder sonstige schmugglerware oder so irgendwelche leute aus dem ausland geschmuggelt per papier oder so oder grüne waren ja so hier sind die zwei briefe von ihm den hier und einmal den zweiten so ich hatte mit ihm am anfang abgemacht dass er mir den ersten brief schickt und wenn der erste brief ankommt ich ihm den den die karten schick und mir den rest schickt aber hat mir anscheinend beide briefe geschickt oder die wurden beide am beim zoll abgefangen ich weiß nicht genau aber auf jeden fall schauen wir mal rein so wie gesagt die sind schon aufgemacht habe ich habe noch nicht reingeschaut so da haben wir schon mal den ersten freundliche grüße aus der schweiz alles klar so dann kommen wir zum entpacken noch geschrieben kann fast nicht lesen kameras zu her als vom team x united xx united we stand 1 ich philipp bade bade nico und chris und hoffentlich kommen meine karten ja wie gesagt kommen auf jeden fall versprochen hat zwei sehr gedauert weil die am zoll abgefangen worden sind aber geht dann alles raus mit einer hand film und entpacken ist bisschen stressig aber das geht so was haben wir denn hier da ist schon mal der aufziehhai das ist schon mal sehr cool einmal der aufziehhai einmal die aufziehratte wollte ich mich als zweideck machen das aufziehdeck da habe ich schon ein bisschen was wenn ihr noch was habt könnt ihr mir schreiben ich suche noch eine ratte und noch glaube ich ein träger fehlt mir noch ein hai eine ratte ja so ich glaube sonst müsste ich eigentlich alles habe ich habe noch eine fabrik oder so dann kommen wir hier noch dazu ich weiß nicht was das jetzt ist steht sein name schon mal drauf so ist wahrscheinlich so ein bonus oder sowas wie es verpackt ist da haben wir einmal united we stand als cover karte sehr cool dankeschön werde ich auch aufheben so ein metallheld blitz ein evolser soldier alle das haben wir noch mitgetauscht also den blitz hat er mit dabei gemacht glaube ich jungsländer gladiatoren ultra rare ein gladiatoren geheuer darius in secret rare ein garot in common ein jane in common das müsste jetzt aber bonus sein soweit ich weiß flinker samurai sturm ist auch bonus portal der sechs und kristall leuchtfeuer alles klar cool dankeschön für das schon mal das war schon mal der erste tausch ich glaube davon war nur das übungs gelände der darius und der soll da waren glaube ich dabei und rest müsste bonus sein dann kommen wir auch schon zum nächsten tief wie gesagt beides von der art wie stand irgendwie moment noch mal nachlesen müssten 1 2 3 4 jungs müssten es sein ja genau philip bader nico und chris ja mit denen habe ich irgendwie zusammen getauscht anschein wir haben einen account also könnte auch mal reinschauen so aha hier sieht man schon das einmal das abgemachte wahrscheinlich drin und das ist der bonus da kommen wir erstmal zu den abgemachten karten so ja jetzt ein bisschen spastisch aussieht wie gesagt filmen und einer hand filmen und packen ist nicht so einfach ich habe kein stativ für mein iphone deswegen ist es ein bisschen stressig aber geht schon so so da haben wir einmal schicksals ziehen in secret rare das glaube ich abgemacht der dimensionsriss in secret rare ein tiras in white rare aus dem battle pack so ein evolver dolker in secret rare ein heraklinos ein versuchstiger in secret rare eine insektochernisse und ein aufziehjäger gut cool auch alles perfekt wieder so wie abgemacht komplett so ich habe noch den bonus rein wenn ich ihn ausgepackt bekomme so 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 zack drehen wir um eine super polymerisation ein donnerkönig rio ein klettern woher bestiary und ein was ist das klettern woher dem dem kari ja cool auch hier wieder guter bonus dankeschön freue ich mich über den rio und so das ist immer gut kann man brauchen so ja auch hier kann ich wieder sagen daumen hoch hat zwar lange gedauert auch geklappt so guter tauscher guter tauschpartner oder gutes tausch team sagen wir besser mal das united we stand team so ja und eure karten das war das hier der delphin der neos der flare neos glow neos und air neos so plus bonus habe ich schon ein bisschen was rausgesucht das ist ein bisschen was das kommt dabei ja geht dann auch raus und kommt dann zu euch und dann würde ich mal sagen danke fürs schauen das euch gefallen hat abonnieren und vergesst mein tombola nicht die läuft noch und in diesem sinne g bis heute. Tschüss.